Ich habe mich dann ins Ziel gebracht und bin da zwei Wochen davor am Knie operiert worden, also eine Art Arthroskopie gehabt und bin eigentlich ohne jegliche Erwartungshaltung hingegangen und habe dann gewonnen. Meine Kindheit-Heldin, die Pippi Langstrumpfler, super, 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 die war voll super, oder? Die hat der Pferd gehabt, nicht? Ja, die Waffe. Und ein Haus. Und ein Essen. Ein Äffchen, kein Essen. Waffe. Waffe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017